In unserer Fachbuchecke sprechen wir heute alle Steuerfachangestellten bzw. solche, die es werden wollen, an. Es geht um das Buch Prüfungsfragen in Testform. Das Konzept Prüfungsfragen bietet eine sinnvolle Ergänzung zu einem Lehrbuch. Der Band wendet sich insbesondere an angehende Steuerfachangestellte, Bilanzbuchhalter, Steuerinspektoren und Steuersekretäre. Auch für die Prüfung zum Steuerfachwirt und zum Steuerberater kann das Buch eine wertvolle Hilfe sein. Über 400 Fragen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad aus den wichtigsten Steuerrechtsgebieten ermöglicht eine sichere Kontrolle über den eigenen Wissensstand und blassen Lücken im vorhandenen Wissen sofort erkennen. Zu jeder Frage werden jeweils mehrere denkbare Antwortmöglichkeiten zur Auswahl angeboten. Umfangreiche Lösungen geben nicht nur Hinweise, weshalb gegebenenfalls eine Frage falsch beantwortet wurde. Es wird vielmehr auch die richtige Lösung ausführlich begründet. Der Leser kann so sein Wissen nicht nur überprüfen, sondern gleichzeitig erweitern. Der vorliegende Band 2012 des jährlich erscheinenden Buches behandelt den Rechtsstand aus 2011, der für im Jahr 2012 durchgeführte Prüfungen relevant ist. Später anzuwendende Regelungen, zum Beispiel durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011, werden zusätzlich erläutert. Das Buch Prüfungsfragen in Testform erschien beim Erich Fleischer Verlag.